Dann anschlagen und wenn der nächste R3 verfügbar ist, dann da rauf. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Einer ist mit blauen Treppen runtergegangen. 5 Sekunden. Was ist denn da jetzt losgegangen? Die kommen über die Garage, Gunny. Was ist die Garage los? Ne. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigener Trupp. Auch geil. Durch die Lieselfalle. Ich möchte ja immer wissen, was passiert, wenn jemand hier drin ist. Ich weiß nicht, wie viel Schaden erinnert. Ich weiß nicht, wie viel Schaden erinnert. behälter finden halt ob das nicht leicht sehr genauer oben behälter wurde lokalisiert macht so keiner ein dropper zehn sekunden noch fünf sekunden tropa ist nicht gemacht scheinbar bio gefahr gut behälter lokalisiert weiter zu seiner position und Sprengladung bereit. Bereit. Lade neues Magazin. Da liegt einer, der Bennett liegt so am Drohnenloch. Sehr schön. Claymore. Geht nur neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Ah, Junge. Das war Kassler. 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 Das war Kassler.